Flasch ist bald Flasch ist bald Flasch ist bald Flasch ist bald Ihr schaut alle bei Flasch rein Wir sind Profis Flasch hagel Alles Alles No Leute Pit Pit Ja Pit Wir haben alle bei Nuki gelernt Let's try Ich hätte halt einfach mal damit rechnen müssen, dass nur einer Der kickt gerade in den Kopf, Alter Der kickt gerade in den Kopf, Alter Ich glaube, der ist einfach so schnell Der kickt Äh Alter Ich habe ihn gespawnt Nein, ich habe einen Spot Oh mein Gott Oh, die genau Genau jetzt Gehe ich so'n Dreck Komm Jetzt muss das der Ace machen Ja, ja, ja Gehe ich so'n Dreck Gehe ich so'n Dreck Nein, du Nein, du Ich mach B B, 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 B B, 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 B Ja, und Zuffmann Sagt einfach, lass dich schon mal rum Ich denke, du solltest in der Fall, wenn etwas passiert, wenn etwas passiert Weil du bist Nein, ich bin Top Tracker Nein, ich bin Top Tracker Nein Nein Ich bin Top Tracker hier Ich bin Top Tracker hier Beispiel Ich bin Top Tracker, Dreck Brief Central Tracker! Blätter Big In Ich bin top Tracker Was ist mit S yourgesaunt? Big Blätter 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 es ist bei den Tee, bei den Tee man Ich geb dir Hilfestellung also, ne, da was ich mein willst du nur was bei der Gäse aus? komm lass den Baum gehen und beide Neifen, ok? Terrorsteige hoch, Terrorsteige hoch oh, schweige ab, ich bin erschrocken und der guckt das ist dein Ernst? gut aufgrafen heidoo der Schling ist weg ah goodbye ich sag dem Top Trigger die nicht bei dir wuauw Boah ha haaa Die 3 sind ja am richtigen anderen Seiten Du bekommst so die dicken One-Klicks von denen 2, 3, 4, 4, 4, 4 Lol, dein Ernst? Dein Ernst, Digga? Ey, ihr gehen wie solche fucking One-Klicks, ne? Ja, ihr seid solche Arschkeigen ohne Scheiße Er ist auf Arsseide irgendwo Leck mich Ihr habt doch Rezepte gehört Du weißt ja, der Silber ist voller Geht doch Idioten Steps So, wer ist in der Mitte hoch ist? Wir kommen jetzt von hinten Da ist irgendwo CT drin Geht ihr jetzt in 5 Euro donate? Ich hab ihn mit der Ich hab ihn Monshot gekillt In dieser Zeit, wo du ihn gesehen hast, diese anderthalb Sekunden da, oder halbe Sekunde da, ne? Hätte er irgendwie halt einfach mal 3 mal ins Gesicht geschossen Aber ist ja gerade auf dem Brett gesieße, die ich auch schon hatte Ne, ich geh, ich geh jetzt einfach auf Frag, Mann Und ich mach keinen einzigen Ach, ich glaub ich musste ihn installieren Ich überwohner deine Skins Dein Ernst? Der Dienstmann, ich hab... Ah, er kommt um die Ecke, gib mir wieder! Ja, Mann, halber Ach, schade Falsche, falsche Wer wollte vorher meine Skins? Ich Oh, okay Get under terrorist Win Go easy Yeah Ich weiß noch, wo In der In den CSS-Zeiten, wo du Jeden Skin haben konntest, den du wolltest Wir mussten einfach nur einfügen im OST Wo musstest du es nur einfügen? In so nem komischen Ordner Echt? Naja, ich hab mir sogar mal Ja, du konntest alles, alles machen Ja, ja, du konntest alles, alles machen Das war eins okay Blind, Mitte Bei deinem Traum sitzt ich gar nicht mehr Ich mach ihn jetzt mal selber Bastard Ne, das war kein Brett Das waren zwei Kopfschüsse Mitte Stepner Hier Ich bin auch Schreiner, ja Da kriegst du die Bretter gratis dazu Der war Schreiner, er geht mir halt durch die Wand Dann pass auf, ich bin ein 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 Der 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 Loll, Schatz! Toll, genial Bob, weißt du! Falsche Mittel! Falsche Mittel unten und... Sock! Der ist nicht doch, ist doch... Oh, ich hab' Kaff' Ach, boah, ist einer... Diesmal Ich hab' vor, ich würde ihn so holen, weißt du, ich spring' ihn hoch, aber... 64 und 2, 64 und 2 gegen Merzlo Wo ist der? Falsche war er Bomber, weiß ich gar nicht Ich weiß nicht, ob er Bomber hatte Ich bin egal, ich bleib' hier Der hat's B geht, ne? Naja, er hat grad' gesappt Tschül, tül Der ist wo gestappt Er hat da irgendwo... Da war'n nicht, Alter! Dooooch! Ich hab's doch unbedingt nicht mehr angehören, die scheiß Musik auszumachen Ich hab' sie ganz leise im Hintergrund, ich hör' trotzdem noch jeden Setman nicht hören muss Ich glaub's noch nicht so leise, äh... Ja, Manu, ich hab' Schreiner gelernt Oh, diese USB, die hört sich so krass nach CSF an Ich bin halt blind, damit ich sie gar nicht mehr kriege, er gebe ich einen Klick seines Lebens, Alter Er hat Dürbacher geholt LOL, war'n da oben! LOL Er hat Bumme da oben Er hat sie hintergehören, du hast da schon mal gemacht Boah, das stimmt ja wirklich einer Flaschbein Drei Mal AWP Asimov, eine davon mit Stat-Track Äh, und eine mit Stat-Track Also vier Stück Lasschbein Drei Mal AWP Asimov Drei Mal AWP Asimov Komm Start, wir stellen uns jetzt nebeneinander an Knife-Need Er hat Headshot, er hat Headshot 53 in zwei gegeben Alter, dieses ist Break-Control wirst du denn da warst du jeden EPS Konkurrenz weil ich bin einfach die letzte Runde kaufen wir Negev und Negev eckten und will die AK haben, muss sie ich muss dich hinsetzen hier dann muss ich mich um ihn mal rasieren ne komm in B, röschen B so, geht's mal zur Fressen Jungs warte, ist es A? Ne, ist es B, aber doch nicht B, hab doch angesagt so mach doch mal die Ohren auf ne, kann ich nicht, ich bin grad ein bisschen ähm bomb has been planted ernsthaft, ich hab mir voll, voll die Steppe ich war grad übel hart verwurrt ich auch, ich auch, ich hab mir gespielt alter, what the fuck ich hab' gelacht, der läuft hinter mir oh, die Spiele, die Spiele, die Spiele der Sirius is back boah, ich hab' mir grad richtig ich hab' mir grad richtig nirgendwo ich war angst in die Hosen geschissen der war mit mir schneiden, alter kacke denkst du doch so, es kommt nix, es kommt nix wann kommt der Knife, wann kommt der Knife äh, wo ist denn hier äh, wo ist denn hier ey, Leute, ihr sind so schlecht träd ich ja, schlägt ich hab' mir nicht gut schlafen von der falschen bombe daun und dann nimmst die an der UNC flashpine aber ich glaub' das liegt an der am, an an fasys 18 in 1 weil irgendwie immer im lategat Ja, Bombe B Leute, 3 mal schon angesagt. Achso, du bist schon tot. Was ist denn los mit dir? Weiß ich ja nicht, ich hab nichts zugehört. Ist der einzige der Kill, die es hier gerade macht? Ich kann ja keine Kills machen, wenn ich mich aus dem Grand Game fliege, Alter. Ich bin mitten in der Mitte aus dem Game geflogen. Ja, Bot Adrian ist auch viel besser. Also ich fühle für Bot Adrian ihn ins Team zu holen. Alter, ich seh gar nichts mehr mit dir, ich seh nie wieder mit dir. Ja, nur heute Abend, übernicht das, Bro. Ja, ist gut. Oh, er macht sogar einen Kill. Loil. Loil, nein. Loil, Bomber. Ja, 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 ja. Oh, er hat wieder zuhause. Guck mal, aber da ist doch der Veritas wieder da. Einmal. Weißt du, dass ich das... Du, Bot Adrian hat jetzt 32, 5, 16. Da hat sie, geht darum. Immer Fraxumann, sondern nur dann die Fraxumann, wenn sie wirklich drauf ankommt. Weißt du, das ist nur für den ganz normalen Fraxumann. Das ist nur, das ist gelohnt. Ja, ja, ja. Da wird so ein bisschen zu gut, da wird so ein bisschen zu gut, normale Frax zu machen. Genau. Ja, verstehe, du musst die Exit-Frax machen. Ich bin so doof, da hochzukommen. Ja, das musst du schon noch nie überlassen. Ich bin so SENTIMATIER. Ja. Ja. Jetzt... ... ... ... ... ... ... Die Spray dann. Soll ich noch probieren? Genau, eine Smog. Und eine Flash. Da kommt wieder so ein Start-Immo. Boah, wo war der? Ich hab nicht gesehen. So. Let's play it serious, guys. Ich bliche schon die ganze Zeit, aber ich schicke als so One-Click ins Gesicht. Ja, warum kann ich denn nicht kaufen? Oder meine Mades sterben die ganze Zeit auf dem Asport. Immer irgendwas anderes. Nie Mades, nie Glück, nur Pech. Immer nur die Mades, entschuldige? Ja. Ich bin da tauschen wieder durch, die nehmen wir nicht mehr. Okay, das war krass. Deiner haus, mit Halten, entschuldige. One bad mate. Der Low lebt immer noch. Der Zerz hat den Druck. Nein M! Behind. Lass geht mit! Lass geht mit! Wow, es geht rein! Gerdiered out! Throwing Flashbind. Hier war ... Vereta, hast du gesehen, wo ich stand? ne warte mal, der wille wohl jetzt von dem Dark, hinten jetzt kannst du den wieso, wenn wir haben wir nicht der Schreifzerstand im Dark hat mich da versteckt mit 1hp und er nadet mich allen Ernstes ja, er hat halt den Read of Doom aber es ist doch egal, du machst eh nur die wichtigen Cracks ist egal, kannst du ruhig versterben Nein! Nein, geht so er macht eh nur die wichtigen er macht es einmal in 16 Runden und danach ist er wieder auf seinem normalen Niveau ja, aber weißt du, wenn es dann gleich so wenn es jetzt irgendwie 14-14 gestanden hätte dann hätte ich mal eben schnell ja, ja, dann packt er es aus das klingt immer so ja, nein, das ist kein ja, das kommt schon Grenade fällt Boah Smoke ja, das ist wirklich ein WP, oder? Grenade Guck mal mit 12 komm, Kiste, jetzt krieg ich Kiste und die öffne ich gleich ja, ich krieg jetzt erstmal ein Chroma Case, pass auf wenn ich das Scoreboard bei mir mal öffnen würde ja, würde ich auch noch ich denkst das Connector, Alter Warte Warte So, ich mach jetzt mal Pause, ich hab grad keinen Bock mehr es war grad zu einfach das Game es gibt keine Pause es wird ja nicht pausiert ja, komm ein Zürcher, dann bin ich durch dann muss man dir ach, müde aber keine Pause, ja, gut müde bin ich auch schlafen kann ich auch er hat sich ein Rauchen, ja, berüchtig ja, ja ja was geht ein Rauchen ja, auch rein, Alter ich suche, warte mal ich suche dann schon mal ein Felser Alter Alter Alter, ey, ey, ey was ist das denn? eine Smalloken ja, auch doch reich jetzt auch ja, rein ja, rein vielleicht ja, warte, 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 ganz kurz, ganz kurz Bodo Bodo bist du schon weg? weiss ich nicht, ich muss ihn fragen nee, du musst noch ganz kurz leider auswählen oh, warte ich kann also, ich kann man eh nicht annehmen, wenn ich nicht da bin, du boy ok äh, ich, hallo, nehme ich nicht als Dings für alle nein nein, jeder muss einzeln annehmen ja, jeder muss einzeln annehmen also ja, dann suchen wir kurz 20 Sekunden und dann haben wir noch eh gefunden ja, da kann ich aber keine Rauchen gehen doch, du warte, los, du das ist doch voll Dingens ähm, kurz auf, gar sein doch, doch, ey drehst du oder raust du normale Ketten oder gestoppt? ich ähm, du musst mir einen bauen hm ne nein, ich hab gekaufte Zigaretten machen ja so schnell brauchst du, wenn du durchziehst und ich hab drei Minuten für naja, ich bin ja, ich trinke dabei ein Bierchen also drei Minuten brauch ich schon sag dem Typ mal bitte, er soll nuke bannen da ja ja nie Okay. Vielen Dank. What is to give away four followers? Followers, or what? Four followers, yep. Ah. Sexy Pose. Bitte was? Ich sagte Sexy Pose. Sexy Pose, was? Du da sitzt. Ja? Ja. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab nur Sexy und dann bist du abgebrochen. Sexy Pose. Also Sexy Pose. Ah Gott, das Film. Aber jetzt ist gerade irgendwie gar keiner gekommen. Kann das sein? Momentan nicht nur, aber das ist immer Uhrzeitsabhängig. Ja. Vor allem, ich hab zum Mittag begonnen. Mittag schauen sie halt noch ein bisschen und danach gehen die meisten wieder arbeiten oder haben wir noch irgendwas anderes zu tun. Gehen kannst du ja nix machen. D2. Och Gott, nee. Und D2? Äh. Boah. Hätt mich ja voll gefressen. Machen wir da noch was zum Essen nach dem Match. So, jetzt seh ich mein Chat nicht mehr. Super. Ach, das hasse ich, dass das einzige was mich noch bezahnt. Fakt. Ist jetzt mein Go abgeschmückt oder was? Ja, mein Go ist abgeschmückt. Uhahaha. Da? Ja, da. D2 ist es. Oh, das geht. Das neue Line-Up der Blue Jays wurde gerade bekannt gegeben. Sieht gut aus. Und wer ist da drin? Eigentlich nur fast das alte Team. Nur Ammo ist ja raus und deswegen kam Flea. Den kenn ich zwar nicht, aber... Bei dem letzten Spiel, was ich gesehen hab, auch gecastet hab, hat er echt gut gespielt. Da wir ja einen Core-Slot fest haben für die EPS, äh, Cups. Oh, der ist ja noch mein Go abgeschmiert. Geile Scheiß, Junge. Äh, wird ziemlich interessant, die Cups. Da wir einen Core-Slot haben. Als, als, äh, EPS-Team. Mal gespannt, wie sich das Team so schlägt. Du, Jays, da hat mal ein Kollege von mir gespielt, boah. Ja, ich bin da. Ich bin ja auch da. Wie lange bist du da? Äh, weiß ich nicht genau. Ein Vierteljahr vielleicht jetzt. Boah. Der hat mir Flasht. X-Clear heißt der. Nee, da war ich noch nicht da. Einer ist Pit. Einer ist Pit? No, er hat einen Welter. Er hat einen Welter geöffnet und mal abziehen zieht der Dragon King. Was hat er? Der hat einen M4 Dragon King gezogen. Die neue AWP finde ich so geil. Ja, die finde ich auch krass. Die kostet aber leider 30 Euro. Das ist auch ohne Star-Track. Das ist, das ist egal. Zumal ich die, die, äh, ich weiß nicht was alle so geil in dieser hässigen Dragon Lore finden. Ich finde die total ekelhaft. Nee, es geht. Die ist nicht so. Ja, sie ist ja nicht top, aber es ist gut okay. Ich denke es mal so. Nein, es geht mal aufhören, die anzuschießen. Spass. Oh Gott, ist der Typ vielleicht. Geht rein. Ein Holländischer ist der, oder? Ja, geht gut rein. Bestimmt ein Holländischer. Ja. Jetzt haben wir zwei Lips gemacht. Das Fliegel geht rein. Das Fliegel geht rein. Das Fliegel geht rein. Das Fliegel geht rein. Was? B? Okay. Nein. Wo seid ihr? Hallo! Wo habt ihr denn? Alter, mach mal mal weg! Das war's wohl. Ich komme zu dir. Ach Gott. War noch einer hinten. So bad. Wir sind so bad, Jungs. Hi, Toil. Bei mir. Doil, doil. Obala. Ja. Er macht doch echt Stay, Alter. Das funktioniert teilweise echt gut und face it, ne? Du schreibst was vor und die schreiben uns echt nach. Schwitz, schwitz, schwitz. Oder Stay. Ich flashe dir lang raus, komm. Fahrer lang. Ja, hab ich viel zu kack Spot. Egal, fährt lang raus, das machen wir schon. Egal, ich mach einfach Headshot, Alter. Ich hab Clockwater mit. Und geht 80% besser rein. Ich hab den Nate mit dem Kopfball abgewehrt. Zwei lang, eine Richtung fährt, der hat halb bleibt. Flashe nochmal ausbott, flashe ausbott. Muss auch eingeben sein. Ich stehe da eine Kreuzung. Zieht sie schnell an, ich bin 7 auf mir. Und lang, lang und zieht die da. Bang ist down. Oh, hier geht das noch nicht. Einer Mitte. Nice. Nice. Weeeeeee. Sand. Hi, real water. Wir würden uns das nicht einzugigieren. Das Kill Array gibt's halt nicht nur für dich alleine. Bitte was? Ich meine dich. Ich hab nämlich auch kein Kill Array gestartet. Nee, ich nicht. Ich nicht, bei mir gibt's keinen Kill Arrays auf dem Stream. Lass B gehen, lass B gehen. Wir tun Smog. Du weißt ja, was du sagen musst, ne? Der ist close, schon bitte. Super. Oh, mach mal. Ja, wo seid ihr denn? Ich hab vier AP. Ich hab 18 AP. Geh mal B raus. Der ist CT unten. Er ist CT unten. The last was long guys. Free the game. Free the game. Free the game. Ob du weißt, was du sagen musst, wenn du einen Give Array machst. Also den Gewinner ziehst. Was denn? Du musst es laut AGB festgesetzt. Du musst sagen, dass das Give Array nix mit Twitch zu tun hat. Sonst könnte er deinen Account sperren. Echt? Ja. Steht in der AGB-Stelle. Okay. Wenn du Pech hast und du sagst es nicht, dann können sie dich sperren. Klar. Ich hab schon Barrage überwäßt gemacht, hab's nie gesagt. Es ist nichts für sie. Ja, aber es kann halt durchaus passieren. Wenn man anscheinend in die... Der steht Mitte. Okay. Ah, random. Mit unten! Ahhhh. Oh Scheiß. Blenden sie halt nochmal B, oder was? Ah. Also ich hab gerade einen ganz schön guten, äh... One-Click kassiert. Und es war nicht schlecht. Warte, ich flash dir lang. Äh, dropp mal Bombe. Wer ist das noch? Okay. Warte, warte, warte noch, warte noch, warte noch. Flash kommt. Flicks. Vielleicht, vielleicht Pit. Vielleicht, vielleicht Pit. Noch einer, noch einer da. Ah, ist schön. Down. Ich bin geflasht. Du bist alleine, du bist alleine, du bist alleine. Ah, seh ich gerade. Ich komme, ich komme. Grenade. Ein Kreuzungsmoken. Eine Unspot. Down. Wie du da vorbeigelaufen bist, du so... Da 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 da. So einen geholt hättest du denn. Okay. 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 Blind? Blind? Okay. Oh my god. Oh my god. So schlecht. So schlecht. So schlecht. Ich werde dich noch nicht mal getroffen, Alter. Halt mal die Fresse. Ich war doch nicht mal dort. Ich bin schon längst tot. Ich weiß. Deswegen hast du vergeben. Ich hab wenigstens einen Kill gemacht. Ich hab auch einen Kill gemacht. Nein, das ist gar nichts. Ja, ruhig bloß. Das stimmt. Hallo. Lass klopf. Was? Macht keiner auf. Macht keiner auf. Ich hab ihn gelegt eben mal. Lass ihn rein. Was ich für Scheiße finde. Ich bin halt so blind. Ich flashe mich halt selbst. Ich hab einer sogar lower rein. Mit unten einer. Mit Awe. Den hole ich in die Hande. Ich werde rüber gejumpt. Ach, mit dat Hit. Awe. Awe links. Noch einer lang. Noch einer lang, ey. Junge, ey. Was? Die spielen zwei lang jetzt. Yo. Oh. Wir spielen. Das ist alles. Jungs, was ist da los? Ja, nur. Ich hab ihn gerade rein. Geht schon gut rein, ne? Oh, der liebt diese kleine Missgeburt. Ich kann dir wiederholen. Ich glaub, der Nachspiel hier ohne FIFA. Bitte was? Ich verarschen. Ja, nein. Nachspiel hier ohne FIFA. Mach, der Gegenper. Binnen, können wir da raus? Machen, denen Cast caught what you had for? Machen, denen etwas schaden. Okay, ich geh mit dem. Was denn? W muchísimo gong. Hey, woher kennst du den Spitznamen, den wir meinen Eltern gegeben haben? Oh, oh, das war ne Fallflash hin mir. Nein! Noch irgendwas mit dem Ohr, da. Das war der. Quell zwei Arten. Ja, was macht die denn da? Boah, das sind die Welt. Nur einen Drop, Dropperino. Lange Rino. Hm. Alter, die Knippen nicht oder was? Ähm. Okay. Ja, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Nein! Nein! Ja, er lockt mich blind weg, ey. Oh, nein. Du hast noch eine Smoke, ne? Ja, beste, beste Idee. Lauf, Stasi, lauup! Chill. Lass mich in den Ohr spielen. Jetzt kommt er. Was hast du nur gewartet in der Pose? Dass da eigentlich einer verschiebt. Ja, wir spielen hier gegen irgendwelche Low Brains. Nein, Schall schon. Wir haben Eiserne auf dem Spot gestanden. Loll. Bin ich wüder, Alter. Wollen wir einfach auf YOLO forsen? Ich forse schon die ganze Zeit. Okay. Einfach mit. Ja, lass einfach auf B splitten. Gutes. Schau rüber. Machst du B? Machst du B? Dann flash ich mit raus, ne? Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Na du Boy. Scheißegal. Steht dort. Na, na, wo? Keine Ahnung, wo. Digga, der geht mir im Laufen, oder was? Dieser Scheißchip. Ich kack ihm gleich seine Chips aus der Fresse. Bist du ein bisschen mad, oder? Nichts? Ja. Ich seh nichts, ey. Er schießt durch die Smoke. Er schießt durch die Smoke. Er schießt durch die 8 HP. Ich drehe mich um. Er kommt nicht. Dann kommt er raus. Dann drehe ich mich wieder um. Und dann gibt er mir so im Laufen so den letzten Headshot durch die Kack. Durch die Kack. Durch die Kack. Läuft jetzt so mit dir, ne? Komm das B drauf. Komm das B drauf. Ich smoke ab. Kannst du flash? Ich hab gar nichts. Ich hab live, Johan. Und er läuft erst mit gegen das Ding. Ja, ja. Close, close. Oh, ja. Darbel oben raus. Oh, Doppel. Über. 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 Blasch. Blasch. Ich will jetzt nur seit 10, Alter. Ich hab... Mann, die sind schon öfters gestorben. Da kann der mehr drauf gehen. Ja, kann der mehr drauf gehen. Gut, dann machen wir mal wieder Serious Wars. Gut. Ich brauchte wieder mal Hilfe. Jetzt sieht man drauf. Mhm. Von wem? Von dir? Ja, ja. Das seh ich. Ah, okay. Ah, nur diese Ösis. We must move. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Smoke. We don't balance smoke. Noch einen lang. guck sounds. We can do that hopefully. No problem. No problem. We can do it. RWP in the middle. Smoke. One gusting around. Ich break into trouble. Everybody. Anti-53. Lovey. Change damage. Crashback. covered compassion theft. Hast du für lange gelegt? Ja. Der letzte mit 64 in 1 mit AWP. Kommt Richtung kurz. Kurz oder lang. Hat aber schon ein Ding mit. Läscht dich raus. Sorry, keiner mehr da ist. Wirst du mir lang irgendwo von euch? Ja Mann. Ich geh mal B anlegen. Ab. Flick's an. Flick an, ja. Flash. Nein. Besteht einer. Ab in C. Steht dir. Ich habe einen Smart City. Oh, das ist ein Ding, Kamel. Boah ich bin so freundlich. Flick. 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 Alles gut. Ich hab Angst. Ist der schon da? Ahhhh! Der zieht viel durch. Äh? Schießt an nur. Ich erinnere, dass du ihn halt anschaust. Wie du ihn, wie du ihn halt anschaust und du schießt halt nicht. Ich hab, ich hab geschossen, ich hab geschossen. Ich hab über dieses scheiß Teil getroffen. Ich hab ihn auch angehittet. Ja, das Beste ist, was ich jump halt zu meinem Messer auf kurz rum und plötzlich so kurz, kurz, kurz. Ich so, was denn wo? Ja, nur so ein Step und ich sterb halt nur so instant. Ja, das ist ja gar nicht auch nix. Ich bin halt ein Loob. Mitte doppeln. Eine down. Ich bin halt in low AP, ne? Irgendwie treff ich grad nicht fest. In der low rein, glaub ich. Bitte, smoke. Ich bin so full. Nee. Nee. Ich bin so full, Alter. Ich fährt auf Mitte zu flashen. Nein. Ich hab einfach rausgeboren, ey. Oh, ne. Ich flesche einfach dreimal Mitte raus, obwohl ich schon längst mittele. Ich flesche einfach alle Zeit. Ja, ich hab, ich hab, ich hab ne Popflash-Tür geschmissen. Ja? Wenn du dann halt schon rausgehst, dann kann ich auch nix spielen. Ja? Okay. Let's go! Achtung Flash! Ich will ja schon wieder solche Loops sein. Ich bin ein Idiot. Achtung Flash! Will's flight down… Bitte seh ich nix! 愛, der Flash hat gar nix mehr. Es ist weiler sich aufgeflascht. Jejäucher weiß Man darf ja nicht mehr, aber... nein, der Person ist es da, aber nein, denn... Holy sensor durch. aman,nacht,nacht. Einer B drauf, 65 und 1 gegeben. Oh Gott, Sweritas. Oh mein Gott. Leg einfach viel kurz. Jetzt smockt das Hill C, obwohl da keiner kommen kann. Oh gut. Der war schade. Aber ich schick. Ist so, der war zack. Das wär geil, oder? Flaschen mal kurz, bitte. Ah, lang. Hier mit euren Flash-Experimenten immer. Wir müssen einfach kurz langflaschen. Ja, hallo. Ey, die Flashes kommen einfach so spät. Was? Super schade. Noch einer, noch eine Kube. Oh, Weritas on free. Alter, was los? One on free. Auf geht's. Warum nicht bei dir da? Grabe lang, ne? Hä, hast du die Flash gesehen, Junge? Kannst du noch viel lernen von mir. Smock. Die EPS Smock war das. Pass auf, pass auf, pass auf. Achso, ich muss auch loslassen, ne? Wäre für ein Vorteil. Ohohohoho. Komm, spring hoch und dann gib ihm. Er hat jetzt 3 Euro trainiert bekommen. Grüßt euch! Okay, jetzt kommt einer von CD und ein Nive-Stick. Nee. Naja, da war ich ja, Alter. Würdest du mich verarschen? Wir sind die Döde von CD aus. Du bist ruhig, du bist unter mir, oder? Ja, guck mal, ich bin wieder ganz oben. Ja, ich hab gerade Afe. Ja, scheißegal, ich gebe irgendwas. Komm, Papier ab, Papier ab, Papier ab. Oh, Leute. Lüppst... Hahaha... 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 Ich komm nicht mehr... Ich komm nicht mehr... Ich komm nicht mehr... Ich komm nicht mehr... Wie das aussah, Alter. Komm. Oh, Scheiße. Oh, okay, warte, warte, warte. Ich geb nicht deine Fläche, warte. Und... Oh, die hast du einfach mal geile Flash. Zack. Oh, Leute. Ey, ich hab Lobby. Hahaha... Oh, bitte raus, ist gut. Ähm... Ja, aber B ist ein Smoker, das ist keine Braufe. Alter, warum ist denn meine Waffe leer? Diese Kack-Waffe ist krank für das Spiel. Ich hab ihn eingeschwungen. Aber wie kann das gar nicht mehr sein? Da zieht ihr einen raus. Hahaha... Ey, einmal mit Robby! Ich mach weh. Ich mach weh. Das braucht das eh. Ich möchte... Ey, nie Glück über Pech, nie, Mates. Mann. Ja, komm zu viert. Ist easy. Easy, zu dritt. Easy. Robby Flash. Ich konnte sogar klappen, ja? Ich bin so blind. Ich sehe gar nichts mehr. Alter, ich bin mega... Oh, lol. Drei, alle fünf raus, glaub ich. Sind aber alle durchgelaufen. Sie sind alle durch Molli gelaufen. Ey. Ey. Warte, warte. Ich sag doch gleich, was ich den Leuten gebe. Die, die, die legen standen an den Cutters. Oh, was? Du Cutters. Oh, was? Das war klar. Ey, ich gebe, ich gebe... Warte, warte, warte. Ich gebe 38 ein 3. 82 ein 5. 45 ein 5. 59 ein 9. Und 65... 55 ein 10. Und das ist alles nur wie Molli top. Ey, ich hab Jürgen gehitzt. Ich hab's nicht mehr von dir. Ist das schlecht. Alter, wie kann man den Glock Fade mit so vielen Stickern vergewaltigen, Alter? Ich weiß es nicht. Frag mal. Was? Was hat der? Er hat auf ne Glock Fade einen Sticker draufgehauen. Oh Gott, so schrecklich. Ich find diese Sticker teilweise so hässlich. Ja, außer die, die du jetzt kaufen kannst. Warte? Hoffentlich. Ich bin ganz chillig. Kannst du mal Cutters flashen? Warte. Ich... Rechts flashen und links flashen. Ja, 3, 2, 1... Oh, jetzt kommt er! Oh, jetzt kommt er! Du bleibst vielleicht. 2 Meter. Ich stiebe endlich. Ey, was für einen Time Lock die wir gerade hatten. W, 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 W. Rechts flashen, links flashen. Ich habe gerade erklärt. Und du trägst dich um. Rechts einmal raus. Rechts einmal raus. Ach, lololololol. Lass mich weg. Oh, ich hab ne Fünfer fehlt. Nein, ich schick los, ich schick los. Ja, andere Auto. Andere Auto. Last Auto. Nice, aber ey. Weiß nicht, ich schau mal zu raus und denk mal so, fuck, da kommt er da. Ja, 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 ja. Lach nicht so drittig, Alter. Äh, äh, das Spiel hier. Da wär ich krank schon wieder. Ich sag halt, ich recht flaschen und links flaschen und er dreht sich um, Alter. Ja, ich, 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 ich mein, ach, die kommt jetzt so dunst, dass ich ja nicht flash bin. Und dann drehe ich mich weg und sehe noch im Augenwinkel hier wieder reinziehen. Dann flashen. Ich geh Richtung lang. Ich smoke den noch ab. Geh mal weg hier. Mit der B split smoke. Mit der da raus, mit der da schon raus. Kommt Richtung B. Lang. War nur einer B. Nein! Einer katastrophal mit Awe. Äh, schade. Ah, er ver- er verbutet es halt. Ja, deine Morde, Alter, wie die spielen. Einer, zwei sind irgendwie A, einer ist Mitte unten, einer ist Cutter. Wir müssen jetzt nur ein Smogman eigentlich defusen. Och, da ist der Bock zu lang. Weg mal, Diegel wäre das. Please. Schmeiß weg! Wohin? Achso. Ich bin verarscht, Alter. Hör auf, du, ich zum Arsch hier. Warte. Der Arme startet sich das, ich will nicht. Ehrgeist. Wieso mach ich mich dann zum Start sein? Der war schlecht, der war wirklich schlecht. Ah, ich weiß. Okay, 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 pass auf! Ein schwule Hacker kommt immer durch die Backdoor. Ja, schon, schon drei, drei CT, schon drei CT. Versteht ihr gar nicht, ne? Ich hab grad gar nichts zugehört. Was hast du gesagt? Was ist... Ein schwule Hacker kommt immer durch die Backdoor. Was ist rot und sitzt auf dem Klo? Ein Hacker? Nein, eine Klo-Mate. Boah, die ganze Zeit. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Eine Ente. Ein Bagger. Und warum kann ein Bagger nicht schwimmen? Wieso nicht? Weil er nur einen Arm hat. Jetzt geht's los. Ja, warum macht ihr alle kein Geld? Ich hab's getan, ups. Schluss wieder. Oh, voll viel Geld, Junge. Aber Schatz gekauft die ganze Zeit durch, der Dödel. Ja, die und Kerf war eröffnet. Mehr bei euch nicht. Dann live ich ihn jetzt mit. Ach, diese Flash, man. Du musst doch viel lernen von mir. Läupt! Nee. Ich kann das low aus. Direkt, direkt wegflay. Direkt, wegflay. Okay, ja, nächsterum spiel die Sirius. Ich spiel die Sirius. So, Sirius aktiviert. Auf geht's. Tropfen mal. Tropfen mal. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Danke. Start, die was. Money Management. Regen wir nochmal, ne? Ich sag ja, er hat noch viel. Einer Todesgang hat. Er hat noch viel zu lernen. Ja, dann mach ich's jetzt mit. Ja, mit unten. Smoke. Nee, in der Ecke kommt eh nicht. Ja, Mitte irgendwo kann er Richtung Kurs kommen. Blur steht auch. Ah, so. Was darf ich denn? B-Split? Na, es war nur Flash. Ich boe ein Flashbang. Hürde dich! Flashbang! Oh, ich krieg Heils. Ich hab 11 HP. Ich muss mich komplett zurückziehen. Ich hab grad individuell Smoke passiert. Ja, das ist wieder einer drinnen, ne? Ja, kannst du absmocken? Nein, hab ich schon. B-Split Smoke. B-Split Smoke. B-Fulling Flashbang. B-Wor med Drop E. Alter, was? Keine. Geh raus. Tür auf, ne, Loch, 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 Loch. Ach, weg, kommt Tür rein! das war scheißegal, ich hab lower p gehabt oh Gott, was er lagte äh, wir spielen aber auch wie die letzten Taggots auf City-Seite einer unten im Eck und ist schon geplantet nicht unser mate ach so, Leute, ich dachte, dass du's nicht vergessen kack, kapap weil wir aber nicht Lappen halten und wieder schon wieder komm, 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 komm mit wir pushen lower, wir pushen lower lass auf, lass auf jetzt haben wir da die Frags kann ja was werden Perfekte Smoke hast du das gesehen? und keiner pusht mehr mit du bist doch stark genug alleine, oder? ich bin die AWP, ich bin die AWP was ist das? ey, was denn geht ich weiß nicht, ich weiß nicht wo ich hab's nicht gesehen, ey lang kommt, lang kommt wie sie halt wirklich reinschauen 1.800 Stunden 1.800 Stunden wie viel hat der Kapp auf? dein Ernst? äh, der Kapp aufs 1.800 Stunden wow still there deine Mutter ist bad deine Mutter ist bad ja, auf geht's aber es ist halt something about that let's go totes Gernander mit uns Smoke mit dem Hit durch den Smoke kurz deine Schnelldurch kurz deine Schnelldurch bis auf ich sag's noch an das ist ja stark tief ich war doch im Live und lass auf einmal gucken wie kurz kommt schneller und dann wärmer so ein äh schöne Arbe okay, man wie ein Messer aber klar, dass wir in der Mitte oben Alter los, zwei Leute ich hab neun wirklich, ey die Typen, was die spielen mit raus, mit raus Mitte, B-Split ist das sein Ernst? LOL haha gut schon ist egal jetzt, Alter ey ach fick doch mein Leben, ey was Bestes win Ich muss noch mal lower ran So gut gegangen Der hat Headshot, der hat Headshot, da kommt einer runter 3 AP Ja der Boy ist ja Profi Gegen Profis Koenig ist alle schon Lars, Lars, unter mit Du ist auf Haha, nur in die Luft, hab's denn Ja, ich wollte eigentlich tauschen werden, aber Mal vergessen Ich hab das bisher immer vergessen Ich hab das bisher immer vergessen Du hast grad den Diegelbrett da unten gesehen Aber krass Ja ok, wollen wir jetzt nochmal Aunchi spielen, ja? Ja, ja, die letzten paar Runden Und dann... LOL, ich war drauf Ne, anscheinend nicht, du hast ihn geholt Ja, er hat mir Hit gegeben Kommt ja perfekt rumgesneakt Hey Junge Blink down smoke Flashbang Point Flashbang Point a grenade Okay Hier steht was drinne Geißer kattet Oh, zwei, zwei Bomber down mit da unten Babbabb'n Ne, das ist random Ok, soo Letzte kurz Letzte kurz Conceal die kommen Letzte kurz Wo ist Bomber down? Mitte unten Conceal die Base kommen Ich bin's mir mal kurz oben Ne, Manu, ich meinte das schon ernst Am, am, äh, am 24. Let's go people Aber alles Ja, ist aber, ist aber alles dabei Nicht mit CS Am 24. oder das? Am 24. ist 24. stream Ja, da endet auch mein mein, mein, mein giveaway auf Facebook Schick's dann mal Ich mach dann auch mit Loa steht Boah, ich brauch nen Kaffee oder ich geschlafen gleich Meine Hexenkiste Ok, ja, alles Noch ne Zigarette und ich muss kacken One guy ff2 ich spiel Er war B3 ich spiel Er war B3 ich spiel Und noch eine Loa, noch eine Loa Weht der in Flower Achtung, Mitte war noch AWP Vorsicht Das war die Bombe, das war die Bombe Noch eine Loa Tunnels Das ist der letzte Das ist wieder einfacher heute für diesen Veritas Sag mal, Mann Der hackt ja sowieso jetzt aber den Blue Jays Weißt du wie oft mir das nachgesagt wird Dass die Blue Jays sowieso hacken Und dass ich hacke und dass wir alle hacken Ich kenn nur Blue Jays von den CSS Zeiten Weiß ich, dass die nicht gags hab Und das ist die scheißige Alk Ich glaub, dass die andere Loa zeigen Oh mein eigenes Mir ist's auch egal Ich hab mein eigenes Bluetooth über Ja Lang, auf jeden Fall lang Auf jeden Fall lang Flash Oder ist er noch weg? Loa, ich versuch' auch Loa, ich versuch' auch Loa, ich versuch' auch Loa, ich versuch' auch Was? Ey, ich bin so ein Movement, Günther, ne? Er ist doch immer am T-Spawn Er steht doch immer T-Spawn Siehst du die Pose hier? Pass auf, die Pose ist ultra-hard Nicht kehren die Pussy Pass auf, die Pose ist Ich hab keinen Mann, deswegen Ja Ja Wir werden gar nix hin Muss ich jetzt wieder alles rechnen? Loa A4B Ich hab ihn nicht zugegeben Ich hab ihn nicht zugegeben Wenn wir grad meine Mom reinkommen Ich hab ihn nicht zugegeben Ah, ich brauch' Drop bitte Ich krieg's um Danke Abgefließ' Strah!", Was ist das im Ohr bidet? Lääh lassen oder alles machen dann haben wir nur eine chance ich hab keinen bock auf auferteilen was machst du da ich so hinstellen dass ich lang wann genau ja ja ich bin sowieso früh wach so was weißt du doch ja mal sage ja danke für den Follower ja jetzt denkt er noch mal für den Follower oh lol das ist doch Gott das will ich wo bist du du bist schon wieder hier alles deiner Schuld wäre das alles deiner Schuld ey lass mich mal selbst alter also ne ja ja ich hab keinen bock auf ach so warte die Flus geht um ich blocke jetzt mal alle weg Lower rein und und guck mal oben ja Flash 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 oben steht noch was jetzt kommt der Bombe lower Bombe lower schade 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 krass dieses Spiel ich hab keinen bock mehr ey trifft grad so gar nichts wirklich null ich spiel aber auch für die letzten Günther's weißt du die du irgendwo ausgebruddelt hast nein weißt du was ich ihm gebe? da hast du dich versprayt weißt du was ich ihm gebe? nix 28 in eins alter ja was der auf mich drauf war ja vom ersten Schuss nicht leider fick mich äh 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 dich hat er wieder hat er wieder oh 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 ne oh aber er holt ihn jungen er holt ihn er macht die 15. runde klar oh ja ich hab echt keinen bock auf Overtime ne echt ne ich hab keinen Kit by the way ich hab keinen Kit warte ich smoke? äh ich smoke ja nicht Molitow nicht Molitow? hat der Schluss was? hat er nicht Molitow gesagt? ja hatte er ich bin's drogen ich smoke ab ich smoke ab kannst du deinen aufheben nee nee geht gut ich bin Mitte es steht noch immer T-spawn der Mitte abgesmock AWP liegt hier 2 ARPs T-spawn ich hab B, wir müssen noch den Rest haben ja kurz komm soll ich schieben? weil ich bin so full was für ein Flash ja Katastin aber auch ne Awe drinnen, ne? oder den Kit sieht die Smog, sieht die Smog, sieht die Smog einer raus zwei raus der B-Split oh, f*** dich doch an der Awe es gibt noch eine Flash heee, er peekt halt nochmal wie sie halt alle peeken ihr seid schuld, aber die so scheiße schlecht sind hee 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 zoolala ich muss wieder hit smoke hat er's smoke defloin Flashbang 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 defloin Flashbang defloin Flashbang f*** f*** oh, durch die Smog geholt Kuss hast du kuss? na, okay, warte, lass mich krobe gehen Christo und von ich hab 10 HP ich hab 10 HP, ich geh Goose Bombe, wo cutt das vorhin? also eben 2, 3, alle 3 Slang, Slang, Slang Slang, Slang Slang, Slang Kackt mein Spiel wieder ab Slang, 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 Slang Wenn er mich nicht blocken würde Du bist blind, glaube ich Ich bin ja blind Alle kommen vor Geh wieder zurück Ach Gott, der holt mich halt Und was macht mein Mate? Wo ist denn der? Nee, bitte Aber war nie so in Einsichtbar Verkackt er Und er niemals Oh Gott Was? 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 Ja, wo stehst du? Gehst du mal mit lang? Dann geh ich mal auf B Ich stehe mal mit lang oder so Ich soll auf lang gehen? Ja, geh mal mit lang Ich bin mal mit lang Du bist aber alleine, ne? Nee Ja, so sollte Ich hab mal mit B alleine Ja, ich bin ein B Ja! Er kriegt durch die Scheißdor Er hat mich noch nicht mal gesehen Ich renne in Richtung Mitte und krieg Brenn Läuft nicht so bei dir, oder? Ne, man hat's im Hall Ich krieg gleich echt zur Aggression Alter, irgendwie geht's grad bei mir gar nicht, man Bitte auf Kai Ich war ein Schotter und zieht das Baum Ich hatte so ausgeschlossen Langs, kommt glaub ich einer und einer ist Korts Catwalk Ja, ja Korts, Schwarz Schwarz, Schwarz, Schwarz Einer lang drinne Mitte, Bomb down Langs steht Ander in Schwarz Eeeeeee 9,50 Das ist Timeluck Die halt krass auf mich drauf getriggert, Alter Das ist nochmal BO5, äh, ja Oh, weh Geh du mal B, ich geh auf Mittelflangen Ebi, ich geb dir jetzt so mit der Arbeit, Alter Jetzt fick ich seine Mutter auf, über seinen Todster, Alter Du Und kassiert, und kassiert erst mal direkt einen, ey Ich flasche links, links, weg Ich flasche dann die nächsten Fond Vorlang steht Wir haben mehr als zwei AWP's als T spielt, auf D2 Ja, ich sag ja, läuft nicht so bei dir Ja, tut's auch irgendwie nicht Mitte kommt Mitte? Mit Anti-Palm auf jeden Fall Ja, aber hier steht was Und so F*** da F*** in der HV Wir pushern in den Schwarz Aber eigentlich ist vorhin gleich mal Tunnels T-Spunner noch Mit und 9 down Ja, sauber gespielt Guck mal, kaum ist einmal der Nook tot Also unser Team-Mate Du hast'n Job, ne, hast'n Geld Bist du Richtung Lang? Dann geh' ich wieder, ok Ich? Ja, ok Glaubst du, mit wem red' ich sonst? Weiß nicht, mit Kizzo? Kizzo? Naja Weißt du denn? Ach, Lang Long, long Hat'n, zieht'n Mate auch nur irgendwas ab? Grenade auf Deploying fest Kill Auf Pass Gart' das oben steht Flashbang Gart' das oben steht noch immer Gart' das smoke Ich hasse' es Ich hasse' es Ich bin grad zu fracker' halt oder was auch immer Eigentlich kann ich saven Ja, was du dir sagst Ey, der Typ leckt bei mir seine Steps, das ist unglaublich Geh' nochmal Richtung Lang Das ist mein verficktes Drecks Einer Einer fragt grade, wer denn Jede Runde bei uns Der Free-Frag für die Gegner ist Was gehört, du sagst Maul halt, Manu War nicht so nett Ich hab' keine Lust mehr Ich hab' keine Lust mehr, Mann Keine Frage meiner Und sch- Das war schein' Df- Ehhhhh Immer im Late-Game Scheiß Einer City-Base Ja, Mitte unten Ach, Mann Er hat 12 AP Ehhh Ehhh Ja, wo fängst Du schon? Ja, dass du ja tisch quos startest Der Einen hat aber tg geschrieben und ist gegangen Warte Soll ich T-Spiel oder T-Spiel oder so? Wir müssen noch T spielen, fünf Runden. Ja klar, ich weiß. Ja, aber der eine hat die T-Spiele bis abgehauen. Von den T's. Nein, von uns! Ach, von uns, ja. Ja, nice. Wir haben das B-Dorf fahren, das B-Dorf fahren. So sind zwei Leute. Egal, B-Dorf fahren. Wie fast. Auf 100 Lips. Kannst du mal aufhören mit deinem Dildo. Okay. Oh, fuck. Spot steht er noch. Ja, ich seh gar nichts mehr. Oh Gott, ich seh halt auch nichts. Ja. Ey, wirklich. Alter, wir haben ja schon 17 Uhr. Oh Gott. Es ist Spot, behind Spot. Nice Plateau. On Spot. Fack der. Nice, nice. Nice, good job. Nice Ace. Oh, hat er Ice gemacht? Ah ja. Ja. Go fast B, go, go, go. Quatsch. Daumen wieder. Ja. Ja. Ihr habt Top-Spawn. Let's go. Ja. Fast B. Lauda, wir sind erstmal weg. Jo. Also, wie schaut's aus? Ja, wir sind nach Robert. Hi. Ja, das Abbrechen, das Abbrechen. Ja. Und der haut mich nach. Die sind wohl mal nicht. Fick diesen kleinen. Bäng gleich. Smoke. Los geht's um die Tür. Aber die waren's am Rassisten. Das ist ja unglaublich. Also. Grenade. Smoke. What do you see? What do you see? Wetter re. Wo bin ich getötet worden? Wetter sollten. Ah lol. Zwei mit. Ist das dein Ernst? Ah, die sind irgendwie schwul oder sowas. Verschied sich dir. Aber die sind immer gegenseitig in deinen Arsch. Bist ein bisschen mad? Ja, ich bin sehr mad. Wie viel steht's denn? 18, 18. Copy, 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 copy. Copy, copy, copy. Ich bin gar nicht gekommen, irgendwas zu treffen, weil ich dann irgendwie durch die Flashback werde. Die sind zu zweit rum, 10, wie die schwuchteln. Und. Einfach so kacke. Zieht die Bs, na. Ja, wenn du sie wegst, dann auch so. lustig. Nein, 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 nein. Anything to me. Hey, we have is fucking cool. Hey, B. Jetzt nochmal fast drauf. Wir haben zu einen guten Spawner für. Lass einmal überbanden. Geil, das durchschauen, das durchschauen. Ja, er ist halt nicht blöden. Ja, er ist nicht blöden, der hat zwar nichts. Oh, kotzt das an, hey, das Game. Komm, holst du. Er ist. Dann sind wir back in the business. Piekt auch als hätte. Wir können wie sie behinderten, Alter. Gottes Willen, hey. Ey, der Typ war mal Supreme, Alter. Und spielt wie Rotze, ernsthaft? Unser Teammate, by the way. Ich flash die Langrisse. Schnelles. Kommt noch einer. Ich flash nochmal. Ich flash nochmal fast. Wir müssen jetzt links drin stehen. Ja, kommen wir da. Tonnen. 50er Wesen. Ich bin so full. Und welche Flash war ich denn grad full, bitte? Keine Ahnung. Veritas. Nein. Nein, das ist nicht. Dann weiß ich's auch nicht. Ja, natürlich, Alter. Nein. Der Kapp. Der Hacking. Uniter Terrorists win. GG. Oh. Auf deine Mutter. So, bin jetzt raus auch aus dem Stream. Halt. Das war ein mexikanischer Scheiß, Junge, Alter. Ich hab ne Fün... Disconnected... Geh mal wieder...